Wir waren am Montag in Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Boah, Alter, ich, oh, da muss ich erst mal erzählen. Äh, wo fang ich denn jetzt an? Ja, also am Sonntag sind wir hingefahren und am Montag war, war das Kino-Event von Dungeons & Dragons, ne, wo wir den eigenen Saal hatten. Es war alles ultra krass. Das erste, was mir passiert ist, wir sind so rumgelaufen, lalala, ich wollte aufs Zimmer zur ersten Pause, ja, und dann sehe ich, oh, da ist grad, da kam grad der Fahrstuhl und irgendjemand wollte den so weiterfahren lassen und dann hab ich erst mal den Fuß reingeschoben, ja, und hab, ja, hier, rein, hier, lalala, und das war rein. Und dann, ach so, Hugh Grant, haben wir uns mit Hugh Grant unterhalten. Das, das war der Typ, der da am Fahrstuhl stand und gerade nach oben wollte, ja, und ich hab meinen Fuß reingeschoben, damit wir auch schnell rein können. Und ach ja, ach, bist du auch hier mit dem Event? Ich wusste natürlich, dass du da bist, aber ich wusste nicht, was ich sagen soll.